Wenn ihr Patienten entsprechend mit müden Beinen habt, Thema müde Beine, schwere Füße, schmerzhaftes Knie, ermüdete Beine, dann könnt ihr wunderbar in dieser Konstellation hier Techniken einsetzen, indem ihr euch hier einhakt. Nehmt Kontakt auf, dazu gibt es einen wunderbaren kleinen Aufsatz, auch in unterschiedlichen Größen nochmal von der TerraGun und könnt hier die Plantarfaszi ausarbeiten, könnt sogar hier manuell entsprechend auch über den Kalkanius, über das Fersenbein das Ganze mit mobilisieren und entsprechend massieren. Also eine wunderbare Kombination, das Ganze einzusetzen. Natürlich sind die Füße, tragen uns durchs Leben, haben viel Spannung, das Ganze geht natürlich aber auch gerne in Verspannung eine Etage höher. Dafür können wir hier auch wieder unser Infrarotlicht und auch entsprechend sogar wieder unseren Wärmeaufsatz nutzen. Dann kann ich mich an den Liegenrand setzen, hier ganz entspannt das Bein der Patientin ablegen und setze auch hier wieder die TerraGun von unten an das zu behandelnde Gebiet an, kann hier ein entsprechendes Niederlage aufbauen im Bereich der Wade, auch hinsichtlich des Kapselspanners, des Musculus popliteus und arbeite hier entweder dynamisch auch über Extension und Flexion, also Beugung und Schreckung oder entsprechend das Ganze auch einfach als Halteposition. Ich kann hier auch so ein bisschen reinpumpen, um dann entsprechend auch die Resorption, also die Ermüdung dann auch zu regulieren und diesen Abtransport auch zu optimieren. Gleichermaßen kann sie das natürlich auch in Form einer Eigenanwendung, indem sie das ansetzt, das Ganze anschaltet und dann mit dem Gebiet hier unterhalb der Wade entsprechend arbeitet und das Gebiet hier nach oben in Richtung der Kniekehle ausarbeitet, sowie auch natürlich analog dazu die Fußsohle entsprechend entspannt. Auch das sollte man mehrere Minuten machen, damit die Beine dann auch danach sich entsprechend wieder richtig frei anfühlen.